Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn das hier nützt, Frau Schnörl, wenn das jetzt hilft, das wäre nachher anders. Sie können noch die Frage überlegen. Es wäre nachher anders, wenn das hier jetzt nützt oder hilft. Vielleicht könnte sie hier innen lernen, zuhause weniger über die Probleme zu sprechen. Das wäre eigentlich ein Fortschritt. Wenn man das hier wie deponieren könnte, sodass man zuhause wieder den Frieden hat. Das könntest du vielleicht lernen, oder? Also dürfte ich hier einen Auftrag daraus formulieren. Das wäre ja euch ein Anliegen, dass es zuhause wieder friedlicher wäre und dass ihr hier sozusagen einen Raum bekommt, um über schwierige Dinge zu reden zusammen. Dass das hier bleibt. Ja, das wäre... Falls man überhaupt etwas Schwieriges finden würde, ja, soll es da gescheitert bleiben, ja. Und jetzt richtig im Lungen zu. Nein, nein, nicht mit... Nein, nein, guck mal, du... Das sind Herr und Frau Schnörl. Sie kommen im Fernsehen. Und sie sind enorm stolz darauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues. im Fernsehen. Die Leute sehen uns immer wieder wie bei der